So, da geht es heute endlich mal ein bisschen weiter mit GTA und wir machen heute das, was wir eigentlich letzte Woche schon geschafft haben wollten oder gemacht haben wollten, aber nach technischen Gründen funktioniert das nicht. Denn wir machen heute weiter mit Human Labs und wir fangen mit der Vakery an. Das heißt, wir sollen uns einen Hubschrauber heute besorgen. Aus den Händen der Merryweather, würde ich sagen. So, komm, ja. Zack, es müsste eigentlich alle Einladungen rausgegangen sind jetzt gerade. Ja, ich muss das Spiel ja neu starten gerade. Alles gut. Ist ja nicht tragisch. Aber mir ist was rumgekommen. Ja, Markus hat direkt zwei Einladungen. Man sieht es bei mir nämlich an der Folge. Ich habe auch zwei verschiedene Geschick. Das sind immer die Doppelten. Naja, ich habe einmal nochmal Quo-Mitglieder eingeladen und dann habe ich nochmal Party-Mitglieder eingeladen. Deswegen sind zwei Einladungen reingerausgekommen. Habe gesagt, ich warte, bis ihr da irgendwann, bis ihr durch seid und dann geht es los. Ah, mir tut der Hals weh. Ich weiß gar nicht, warum. Corona. Ne, ich habe schon seit, ich bin seit 9 Uhr dran mit dem Aufnehmen. Ich habe ja gesagt, dass ich noch kurz vorher noch ein bisschen was mache und mein Spiel durchziehe. Das habe ich jetzt auch gemacht und jetzt geht es quasi mit euch weiter bis ca. 14 Uhr. Und heute Abend noch Stream. Okay, Baby ist dabei. Ja, ja, ihr sagt Bescheid, wenn ihr bereit seid, weil ihr müsst wahrscheinlich noch Waffen und so kaufen und Panzerung und was auch immer. Bereit bin ich auch. Nein, das ist gut. Das ist gut. Wie gesagt, ob ihr gebt, soweit ich irgendwie loslegen kann, macht ihr, sagt ihr, sagt ihr, go. Ja, ich wollte gerade sagen, nicht alle auf einmal. Ja, bitte sagt mir Bescheid, wenn ihr durch seid, weil dann kann ich starten. Also ich bin durch, nehme schon was, ich bin bereit. Ich habe es schon fertig. Und Markus, du auch? Ich habe es schon fertig, es war schon leer. Dankeschön, mehr wollte ich gar nicht wissen von euch. Dann kann ich nämlich starten. Ja, noch zwischendurch mal kurze Meldung geben. Alles gut, dann geht es los. So. So, was machen wir denn heute? Nur scheiße, wie immer. Normalerweise, ja. Dann wollen wir uns mal in den richtigen Suchen. Ja. Wir machen eben alles, wartet aufs Mäde. Ach, alles gut. Muss ja gut aussehen, wenn wir da mal kurz bei dem Meldweiser reinmarschieren. Ich würde sagen, wir nehmen den Kuruma, oder? Will jemand von euch fahren? Ich nehme mal. Ah, der Fahrt hat es mit dem, okay. Ja, gut, ist egal. Ist noch nicht ruhig. Er hätte auch ruhig beim Dienst mit einsteigen können. Das Werk. Okay. Ja, ist egal, jetzt ist es seit dem Motorweg. Aber wir können auch jetzt unterwegs nochmal treffen. Warte, 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 warte. Ich habe euch... Seid ihr zu dritt in dem Auto? Ja. Warte, ich komme zu euch. Ja, komme ich zu euch. Ja. Ich habe doch nicht gesehen, dass das ein vierterer ist. Ich sagte mir, der ist ein zweiterer gewesen. So. Also still, die Valkyrie, Valkyrie, wie auch immer. Das ist so ein Hubschrauber mit zeitlichen Geschützen, genau. Ich habe vergessen, dass ich mich nicht gesehen habe. Ja. So ein alter Vietnam-Hubschrauber. Ja. Wer will da die Dinge fliegen? Ich nicht. Ich kann nur fliegen. Wie auch immer, gerne. Ich bin so lieber in der Bußlamping. Sollten wir erstmal dazu kommen, in die Box fliegen zu können. Na gut, letztes Mal liefst du ja eigentlich ganz gut und dann kann mir was dazu kommen. Also alles ist gut. So. Mit deinem Auto kriegen wir es schon hin, wenn du den auf Raketen hinstellst. Habe ich schon. Also muss die Luft brauchen, die Luft da an, ne? Ich kann es eigentlich so hinten reinfassen. Ist schon die Straße. Ja, ich habe hinten den Weg zu können. Oh nein. Alles gut? Weil wir jetzt wieder mit dem Headset gerade ein bisschen gespannt. Ja, du kannst das ja heute auch nicht schießen, ne? Nee. Deswegen hatte ich ja gesagt, die anderen hätten ruhig bei Dings mitfahren können. Ja, ist egal. Wir haben oben, warum siehst du den Heli noch, bitte? Raffa und Wien. Sehr schön. Da muss ja wohl noch einer sein, rechts. Nee, zwischen den Containern, weil es egal. Das sind aber nicht alle. Nein, nein, natürlich so, dass ich alle. An ihm elke, wie steht da einer? Genau. Und der Mann hänger da hinten. Das ist gut, dass mich das auch kein Geld kostet, die Raketen. Das ist gut, dass ich das auch kein Schaden in dem Auto. Sehr schön. Ich schieße an der Rakete daneben. Da ging. Der steht ja direkt dahinter. Ich glaube, dass der überlebt hat. Ja, hat der. Der hebt immer noch. Was ist denn das für ein Auto überhaupt? Das ist der Maul. Den habe ich im Casino gewonnen. Ach, den gibt es nur im Casino, oder was? Gab's. Gab's. Nee, den kannst du auch kaufen bei, äh... Warstok. Warstok. Ja, warstok. Ich gucke mal gerade rein, während wir hier. Er kostet irgendwie 3 Mille. Okay, das reicht mir schon. Ich glaube, die steht drin in der Halle, oder? Der Rest. Nee, hier rechts. Soll ich euch jetzt hier irgendwo absetzen? Äh, ja, hier hinten, ja, es wird reichen, denke ich mal. Ich schaue mal, ob ich hier vorne noch ein bisschen Schaden anrichten kann. Ja, ne. Ich habe mich immer, wenn es möglich ist, hier irgendwie... Oh, die Ecke kenne ich doch gar nicht, hier. Ja, ich bin letztes Mal hinten bis hinten ran gefahren und bin dann hinten nicht die Tür durch. Aber die stehen hier noch irgendwo. Rechts, rechts von euch, ja. Rechts, rechts von euch, ja. ja nicht nicht einfach dazwischen rennen du sagst bescheid wenn du fertig bist den einen habe ich mir mit raus geholt dann habe ich den ein da oben ist auch meine dadurch jetzt container hier links vor sich ja was ich glaube einmal ist auch oben auf dem turm ja vorsichtig bitte jetzt nicht weiter mit rakett werden wir da einer steht so einen da hinten habe ich weg so ich steige schon mal in die oder oben auf dem turm habe ich der ist weg ich bin alle vier an bord kann der pilot vielleicht hier auf dem dach und inzwischen landen mit den helis oder willst du direkt durchfliegen und was soll ich das bringen wir jetzt hier landen die helis weg zu schießen ja die kannst du auch mit den maschinen fliegt durch fliegt durch alles kurz ich habe aber den einen sehe ich gerade schon jetzt da vorne wenn ich drehen müssen lassen dass ihr nicht die rotoren trifft die blätter in uns das ist nicht eigentlich egal wenn es zu dauernd geschossen ist dann ist mir der problem da ja der ist nichts von uns eine heli ich habe jetzt auch keine auf dem schirm ab ihn ja ich habe aber schon bin aber angeschossen worden gerade und was ist hinter uns gewonnen hat ihn ja der eine ist schon mal da und ja sehr gut die anderen habe ich noch gar nicht auf dem so gar nicht mehr da wir haben aber kein zeitlimit also immer mit der ruhe ja alles gut habe ich auch nicht gar nicht mehr passt der kommt von zwei einer kommt von links links vor uns ist der ja ja gewonnen hast du ganz klein ich versuche mal so still zu halten wie geht und der eine kommt ebenfalls von deiner von der kopf überhaupt über die autobahn ich kann leider nicht machen von hier ja ich kann ja ich kann nicht schlimm ich kann nur eine seite die brenzen einer ist weg ne ging nur auf ich hoffe der geht auch down hört sich zumindest so an ja ja jawoll sehr gut ach doch da kommt noch einer zwei drei so kommt die eigentlich immer eine von deiner seite wir haben was gegen frauen ja scheinbar da da ist denn der andere jetzt hin der kommt von meiner seite von see oben aber taucht doch nicht auf doch hier unten sagen wir soll irgendwo sein da ist er oder da ja ja ich halte still ja ich halte still ja 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 das ist ja 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 ich hätte nicht gedacht dass das mit dem auto so gut na so gut die nächste mission wird ein bisschen tricky da ist es ganz wichtig absprachen zu halten ich brauche mal drei leute für machen wir dann nicht in der mission jetzt wenn wir gleich wenn man dann in der du hast wahrscheinlich irgendwie ein trick ist auch gar nicht was das bringen soll immer alles zu spoilern da sprechen wir dann gleich ab wenn wir dann wirklich da vor ort sind wie was machen ich meine die meisten die die folge jetzt hier gucken werden wahrscheinlich auch schon dass die heißt durchgeführt wissen sie was jetzt nächstes kommt aber es gibt vielleicht auch ein paar leute die irgendwie noch neu drauf stoßen und vielleicht haben sich ein bisschen überraschen ich vermute dass du irgendwo ein trick oder die idee hast du mal zum einfachsten macht du hast ein glitch für irgendwas ja dann machen wir es machen wir gleich nicht jetzt ja jetzt machen wir es mal den heli sauer die fangen wir sauber ab das ist das wichtigste so erledigt sehr gut ich war den mutter kann es ausmachen und das ist mal keiner gestorben klar weiß ich nicht aber die jetzt beim ersten mal schaffen gleich die mission aber mal schauen die wird wie gesagt nicht ganz einfach so erwarte auf spieler irgendwo heinz gerade ein bisschen jetzt in der hose meistens ja so bei mir ist noch lade bildstoff ja ich habe auch näher die tolle ladeschnecke da unten wer hat sie nicht naivon hat sowieso eine schnecke aber das ist eine andere geschichte ich habe sogar sieben schnecken sieben marcus meinte glaube ich die schnecke so da sind wir doch schon wieder ich wollte eigentlich so nur einfach fallen lassen und gehen so ich muss eben kurz nach meinem appartement zurück das dauert jetzt einen kleinen moment wohl warte mal schreibt ich das schreibt ja nicht irgendwie ich hab's ja nicht 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 ab wenn ich da vorbei will da müssen wir mal gucken bis wir jetzt zum appartement zurückkommen ich hatte diese weiten fahrstrecken weißt du wir gucken bis jetzt zurück wir haben wir haben wir haben uns dass er dass er dass er ist dass er wir wir sind ich habe ja auch einen scheiß gerade zusammen ich habe fast erwartet dass irgendwas noch kommt in die richtung du hast du hast doch mich gerade beim beim sprich mit yvonne gestört ja und keiner baggert meine schnecke an vergiss es alter herzhaft jetzt habe ich aber gut kommen jetzt hier ja das wusste ich noch gar nicht das war mir völlig neu so kann ich dich aber schlecht im wohnen bringen da hätte aber wisst ihr was aus da hat aber auch noch unbegrenzt er kann umhörlich umgegrenzte was nitro ich drücke jetzt die ganze zeit schon der brauche schon ein bisschen scheiß kopf ja wer hat ihr uns an die backe geholt du 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 hattest als ich sie auf sich geschossen hat wurde mir gezeigt dass du ein stern hast so wir haben schon mal auf den sack gehen dein apartment ist oben bei meiner spielhalle ich habe der markapunkt gesetzt aber glaube ja sowieso mal spielhalle aber du kannst auch dahin fahren ja stimmt eigentlich übernimmst du den ja ja bei der bestehende genau weil ich werde dann aber schon mein auto noch anfordern ich will den koma gab den aber eigentlich jetzt ist es egal bei der nächsten mission da braucht man kann ich unbedingt gepatzert das auto das namen doch baby du hast mich um so einmal halte das mit dem ohne hobbys der vorsichtig da ist ein spieler markus ich weiß nicht was das für welche sind wir sind nur auf uns aber er legt aber auch die ganze zeit ja es gibt trotzdem genug idioten die dir dann noch auf den aufnutzern umlaufen die lange weile haben ja gefühlt so warte mal ich muss mal kurz links anrufen hier noch schnell meine versicherung dann irgendwer hat mein auto zerstört ich weiß nicht naja ich weiß auch nicht wer es war keine ahnung ähm morse mutual da sind sie morse mutual insurance ich borde mal eben mal in der autobahn so und dann machen wir demnächst weiter